hallo meine lieben freunde hier ist euer sauselbart mit subnautica blow 0 wir sind immer noch auf der suche nach diesen wundervollen eingang zu diesen komischen erbauer guck mal wir haben da loch gefunden das haben wir glaube ich schon gefunden ok ich weiß immer noch nicht wie ich dahin soll ich habe festgestellt denn je mehr du von diesen abteilen dran hast ok gucken wir mal wenn das so gefunden haben wurde h 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 okay das war auch wieder nix es muss doch irgendwo irgendwo was geben wo man runter kann es kann ja nicht wahr sein ist das gleiche loch dieses blöde körperlager endlich finden oder ist es vielleicht zu einfach ich habe die neppe ich habe die neppe Ah, schau mal Okay, dann auf in die Tiefe Okay Uranium I strongly sense my people's technology nearby A body component is near Mag is air Okay, hier gibt es Salzsäure Hm Das Zeug Rosso Untertitelung des ZDF, 2020 Hey! Hey! Da hab ich doch das Fabrikatorabteil mitgenommen. Ich droddel. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Und gucken mal. Ja, Salzsäure. Wir brauchen... Genau. Das da. Und danach brauchen wir... Ja gut, das ist eher weniger, aber das brauchen wir. Hoppala. Okay. Das ist schon mal perfekt. Jetzt brauchen wir noch dieses... Halt die Klappe. Das brauchen wir noch. Und synthetische... Oh, warte mal. Warte mal. Für die synthetischen Phasen war auch mal... Ja. 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 Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Kriegen wir den Pilz hier unten irgendwo her. Ja. Was bist du? Quehle. O... Scheitzjer hat Sie. Scheitzjer hat sich nur aber... Du bist so leicht. Aber du bist das auch nicht. Oh, was war das? Jetzt gibt es ein Problem, jetzt gibt es ein Problem. Ich weiß. Oh, okay. Wickelpilzstück. Was ist ein Wickelpilzstück? Wickelpilzstück. 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 Oh, okay, okay, okay. Ich verstehe. Wickelpilzstück. Also erstmal ab nach Hause. Wickelpilzstück. 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 Und zwar. Wir müssen jetzt die komischen Pilzstücke finden. υickelpilzstück. Wickelpilzstück. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 new creature discovered auf zur basis jetzt bleiben wir noch stecken und werden noch verdursten oxy kin aber erstmal erstmal wasser wasser ist erstmal wichtig und dann wird uns was aber dummer und sag ich mal fisch ja weiter seien stabilizing warum man nicht mal haben hier glas aber auch mal einen diamanten und blei diamond und blei diamond lass mich raten bei unserem glück haben wir keinen kein blei okay dann setzen wir uns mal den chip in den helm und es aus und einmal will das hier es geht das gerne einmal durch und weg ist alles und wir müssen aber trotzdem noch nein war schon blei 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 ist alles was ich will gericht nur titan naja genau das ging ja wieder nicht wunderbar dann hätten wir das wenn uns nur noch die fasern alle gute truppen mir erst einmal alles auseinander ja 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 Oh. aber südlich wo müssen wir hin sicher wenn ihr die kleine insel in der mitte der spielewelt müsste hier sein oder das ist nicht wenn man das wetter ein wenig besser wäre es ist ja gar nichts aber ist jetzt vielleicht wenn man kann das sein dann bin ich ja eigentlich schon richtig ja da bin ich doch auch ich bin noch ein dorsel genau da sind die gasauslässe irgendwann kommen hier diese bürbel bürbel dinge das ist das gebiet glaube ich wo die bürbeldeile gleich kommen ja wir sind richtig die brüder brauchen wir so und dann die 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 The prospect for survival is fast approaching zero. Ah, okay. Habe ich eigentlich... Nee, habe ich nicht. Das heißt, der Strom geht auch bald aus. Oh, was haben wir denn hier? The Vent Garden harvests geothermal energy to nurture the life that grows within. Und da rein. Rein in den Anus. Hallöchen. Wickelpilz. Da sind sie. Mach mal sechs Stück mit. Und wieder. Raus aus dem Anus. Ähm. Okay, jetzt haben wir's. Oh. So. Oh. Uh. Uh. Warnung. Maximum depth raged. Hall damage imminent. Da happened. Ja, oder 방법. Ein bisschen Spaß muss sein. so jetzt sag mir bitte nicht ich musste alexa stopp wie wir die okay das heißt wir brauchen kommt mal gleich mal und gleich mal reparieren oder okay wir brauchen das modifikations modul aber wir brauchen in modi feier ist er denn denn wo er denn wo er denn da den hier dann gehen wir erstmal runden da vielleicht findet man ja noch mal was als ich finde man auch irgendwelche module oder so 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 einen Schein gibt es da auch wieder unseren Roboter ja gut dann fangen wir zur Base bauen uns dann noch diese komische Gerät auf ja ja du mich auch ja Sollte Habe ich gedacht, das kann ich direkt vor Ort machen, ey. Aber nein. Ich würde mal den Scanner ausmachen, wenn ich gehe. Aber im Moment lasse ich ihn noch an, weil wir brauchen ja eh noch hier... Blei. Also von daher... Auch noch einmal Blei. Und da haben wir es. Willkommen, Captain. Und da haben wir es. Okay. Einmal davon, zwei davon. Da haben wir eine Koralle. Irgendwo eine Koralle. War zu schnell. Eine Koralle. Das heißt, wir müssen in die Tiefe und noch einmal Koralle holen. Auf in die Tiefe. Ich brauche noch eine Koralle. Danke. Bei meinem Glück haben wir jetzt wieder keinen Diamanten mehr. Wenn... Nö. Ja. ... ... ... Okay. Ja, brauchen wir noch irgendwas? Ja, wir brauchen den hier. Und aus 300 wurden 650. Oh Mann, wir könnten eigentlich noch ein paar. Was brauche ich denn, um die herzustellen? Zwei Batterien, okay. Okay, zack, 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 zack und zack. Dann haben wir noch Silikongummi. Wunderbar, desst du mal da rein. Brauchen wir nicht mehr. Da könnte man doch eigentlich mal auf die Schnelle, da muss man jetzt da in die Richtung. Weil wir brauchen da noch, äh... Wo haben wir denn da so ein Büschel? Oh, haben wir denn da ein Büschel? Wo hängt denn da ein Büschel davon? Ne, haben wir doch was. Glaube ich mir doch jetzt was. Ich brauche doch bloß noch eins. Danke. Weil wir brauchen noch so ein Hydraulikteil für die eine, äh, ich sag mal, Brücke. Das müssen wir auch noch machen, ey. Och Gott, wir haben schon wieder 36 Minuten zusammen. Okay, meine lieben Freunde. Und wie es meiner geht, seht ihr halt leider in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Halt die Ohren steif. Ciao. Euer Zausel. Herzlicher. Untertitelung. BR 2018